So Leute, heute drehen wir einen Vlog in Köln. Wir besuchen die Kirmes. Wie nennt sich die Kirmes? Deutschkirmes oder so, ne? Wir haben uns so eine Wohnung gebucht und wir machen uns gerade frisch. Und dann geht's los. Der nächste Vlog mit meinen Jungs. Yeah! Yo! Die Frau zieht sich aus, ja ihr Blick ist versaut. Wie im Traum. So Leute, wir sind jetzt losgelaufen. Wir lassen das Auto diesmal stehen, weil ich denke mal, da kann man schlecht parken auf der Kirmes. Einfach mal mit einer Straßenbahn fahren. Hab ich lange nicht mehr gemacht. Die 0,34 Momo. So, wir sind jetzt gerade an der Halbstelle. Aber wie fühlst du dich? Mein Cousin 12. Grades, wie fühlst du dich? Ich hab nochmal nachgerechnet, das sind 13,75. Die Frau zieht sich aus, ja ihr Blick ist versaut. Wie im Traum. Nur 3, Mann! So, wir sind jetzt in der Bahn. Sorry. Hi. Wie fühlt ihr euch in der Bahn? Wir sind in der Bahn durstig. Wir sind jetzt in der Bahn. Wir sind jetzt in der Bahn. Wir sind jetzt in der Bahn. Leute, wir haben euch was zu sagen. Wer... 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 Wer wird Superstar? Ich dachte... Another one. Wer wird Superstar? Ist der Kamudia. Wie schlecht. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Du deine Freundin. Kann verräumt es nicht sein. Die 0,3 für Momo. 0,3! 0,3! So, Leute. Wir sind jetzt gerade angekommen. Jo, Leute. Ich hab jetzt gerade einen Fan getroffen. Von wo bist du angereist? Vom Boden. Vom Boden. Sie ist extra für mich hier hingekommen. Und sie hat sogar ein Geschenk für mich. Also sie war sehr aufmerksam. Ich mag Schildkröten. Und sie hat mir extra so eine... Warte. So eine Schildkröte geschenkt. Sieht man die? Ja. Ich danke dir vom Herzen. Und wer ist der Name? Chrissy. Chrissy, ich danke dir vom Bodensee. Yeah! Jo, wir machen hier gerade den Block. Keine Ruhe. Ja, wirklich keine Ruhe. Die Fans haben gerade Zeit. Keine Ruhe. Die waren Fotos mit sich schießen. Ohne Spaß. Richtig geiles Wetter. Und eine hammerkrasse Atmosphäre. Guckt euch das mal an. Und macht einfach Spaß gerade. Wir gehen jetzt in dieses Labyrinth hier rein. Was ist der Labyrinth? Mit den Jungs. Wir gehen jetzt da drin. Das ist auf jeden Fall ein Labyrinth hier. Und ist auf jeden Fall krass. Ey, die Frau kommt nicht raus. Sie kommt nicht raus. Ohne einfach dunkel. Es ist dunkel. Und die versuchen hier so durchzukommen. Und die versuchen hier so durchzukommen. Ja! Na ja! 40 Jahre alt. Für den Superstar ist der Khamudia. Hey! 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 Ich habe gerade Besuch bekommen von einer ganz besonderen Person. Ja, ich bin da. Es war eine Aua! 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 Wollt Hallo sagen? Hallo! Hallo! Team Alicia! Team Momo und Team Alicia! Alicia Momo und Team Alicia! Versuch Nummer 2! Oh, was ne Kacke hier! Jetzt können wir uns kappen! Mein Mann ist auch! Yeah! So, wir haben unser Crêpe hier. Schmeckt's? Sehr lecker! Das ist gut gekocht! Ich sollte Ihnen meinen Spruch aufschreiben, wenn du jemanden ohne Löschchen würdest. Schenk ihn dein und das wird dir ein Tattoo! Was? Das wird dir ein Tattoo! Ja, das stimmt! Wir haben ein kleines Problem, wir wollten auf eine Achterbahn drauf, aber der Laden hat zugemacht und wir sind jetzt sehr traurig. Wir laufen jetzt gerade einfach so. Das YouTube-Video beenden wir jetzt. Auf Wiedersehen! Morgen geht's! Leider hat der Laden jetzt zugemacht und wir können jetzt nicht mehr drehen. Ja, nur wir kommen um 21 Uhr zu einer Kirmes und gehen dann vorher essen, um um 21 Uhr dann vor den beschlossenen Geschäften zu sein. Das ist so dunkel. Ich verabschiede dich jetzt. Ja, es ist sehr dunkel. Ich hoffe... Ich bin nicht mehr zu sehen offiziell. Schau Leute! Hab euch lieb! Euer Momo! Ja Leute! Macht's gut! So, das war ein kleiner Chemies-Vlog mit meinen Jungs. Nichts Besonderes, aber ich dachte mir so, besser als gar nichts hochzuladen, zwei, drei Wochen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn euch das gefallen hat, ihr könnt gerne kommentieren, lasst ein Abo, dann einen Daumen nach oben. Euer Momo und habt euch lieb! Ja, danke schön. Ich hoffe, euch hat das gefallen! Und wer das gefallen hat!